Ich bin mal gespannt, es gibt vielleicht ein Infanteries-Band dahinten. So, kleines Live-Video jetzt hier. Ich mag das wissen, der geht's schon, weil wir haben ja jede Menge Infanterie. Ich hab das andere Wusse entdeckt von ihm, da hat die so zwei Infanterie und so wenig, dass sie nach einer halben Stunde Häuserkampf keine Infanterie mehr haben. Ja, deswegen hab ich ja auch extra zu... Einmal ein bisschen mehr Infanterie, einmal mehr Panzer. Wie er das wär. Keine Ahnung. Ähm, Adamus, du gehst hier Fedor, Achilles, Dimitri und Mars und ich machen hier Boris. Da bin ich mal gespannt hier. So. Oh, ja. Einmal die Traube hier losschicken, bitte. Oh, Panzer. So. 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 Du Lörst habe walten und so auf den Arsch. Ja, das war Nero. Das ist klar. Das, das, das er, das macht er gerne. Sooo. Da kommt der Kai. Ah, Panzerkampf hier. Wenn du weiter vorrückst, dann kann ich mein Comment hier reinbringen. Ja, warte. Na, ich warte extra, alles klar. Zack. So, ich hab dir das jetzt ein bisschen gecleared, du. Scheiße, ich hab die falsche Falter geholfen. So, bauen wir die Wilk. Oh. Meine Aufklärer verstecken. Oh, mein Comment ist tot. Fuck. Ach, meine Aufklärer. Schau mal lieber die Panzer zurück. Ich hab hier keine Sicht. Du kannst eigentlich hier einfach drücken. Da ist nix mehr. Ja, Moment. Ich muss ja... Keiner ein bisschen... unter Druck setzen. Da ist Tegern? Was macht denn Tegern da? Ja, die werden... Dann kann er links durchdrücken. Ganz recht. Wo ist dieses... Ah, ich weiß, wo die hässliche CV ist. Bitteschön, ein Panzer weniger bei dir. Adamus. Das war... Falls ihr Luft habt, ist es kein Luftabwehr über Fedor. Selbst wenn es kam nichts auf meinem... So, da kommt ein dicker Panzer. So. Ja, das Command ist definitiv in den Häusern. Ich bringe jetzt erstmal richtig Luftabwehr hier ran. Äh, in Fedor müssen wir noch helfen. Wer einer kann. Ich glaube nicht, dass es nur einer ist. Ehrlich gesagt. Ne, das sind zwei. Das sind zwei. Ähm. Mars, kümmer du dich mal bitte komplett darum. Ich mach das jetzt hier. Hm. So, dann muss ich... Dann bauen wir erstmal eine zweite Verteilungslinie auf. Ich stehe gerade ein paar Flugzeuge ran, um der auf den Leopard-Panzer zu killen. Leopard Panzer 2 ist down. Warum ist das natürlich mit meinem... Ich hab ausversehen die Waffen ausgemacht. Ach nö. Du du. Na komm, schieß schneller. So. Nein, den Team 64 zurückziehen. Mit Geld zurückfahren. Den Marines hat, macht er nicht viele Stiche. So, aufpassen, er hat eine E-Darts. Ich glaube, das dürfte er überleben. Wo hau ich die Panzer, Kidder? Nein! Da. Oh, beide daneben. Oh, Nero, ey. Oh, da kommt ein Block rein. Das gibt es nicht, Alter. Nero, ey, so ein Lacker. So, Panzerhörnchen. Tegan, war Tegan ein guter Spieler? Ja. Dann wird er wahrscheinlich in der Flak ausgeschauten. Achilles, du hast wahrscheinlich Panzerhörnchen gegen dich. Der macht gar nichts. Der ist überfordert. Du kannst da vorrücken. Ich werde gleich vorrücken, soweit ich meine. Ich werde mit dem Auto aufziehen. Ey, ey, ey. Whatever, ey. Schön vorrücken, bitte. Ich muss gerade noch ein paar Punkte sammeln. Mars, könntest du deine Infanterie ein, die sind einfach nach vorne schicken, einwalkt, dass man vorher was mitkriegt. Oh, dann passt er einen, äh. Oh. Nee, der hat dich nicht aus. Ähm, was? Wie hat er den denn erwischt? Loll? Ich hab mein Anti-Radar-Dinger erwischt. Hm. Sofort kam ne K1. Oh, die T-64 da raus zu riechen. Okay, Center ist voll mit Panzern. Da, das Waldstück. Ich will jetzt ein bisschen was an Mörsern. Ach, lustig. Warte, mein Infanterie-Push vor. Kommt ein Abrams da hinten? Ja, wenn du noch den nochmal siehst. Ich versuche ihn rauszuschießen, wenn ich ihn nochmal sehe. Ah, der hat AGS-Panzer da überall. Nee, ein Panzer auf offenes Feld ist schlecht. Ja, ich weiß, der ist jetzt irgendwie ein bisschen dämlich. Na, Alter. Ja, und ich schätze meinen Marder. Was ist denn gelandet, das scheiß Ding? Ist ja nicht mehr. Nein, jetzt stimmt meine Sue. Kann jemand Anti-Jet-Fling? Ah, okay. Ey, hört auf. Ah, puh. Nero, ey. Was sind wir denn noch? Was ist denn Marder? Guck ich hier? Hier ist schon was. Bombe kommt drauf. Geht's am Panzer, um ihn fortzurücken. So, lass deine Panzer stehen, ich rück jetzt mit der Infanterie vor. Ja. Also, ich habe jetzt eine TU auf dem Feld. Ah, scheiße. So langsam für den F1. Achtung, da ist ein Panzerjäger drin. Da links. Ja, ich habe das da gepinkt. Oh. ATMGs. Und das sind nur solche Werfer. Jetzt gibt es auch Small bei mir. Ja. Ich schmeiße jetzt auch links eine Bombe auf den Marder. Also, ich will lieber nicht vor, dass wir Wanderers entschmeißen. Ich schmeiße die lieber Wanderers. Links irgendwo ist eine Flugabwehr. Ja, da ist die Ada. Da ist jetzt wahrscheinlich das Comand drin. Da ist jetzt ein Flugabwehr. Wartenlacker. Wenn er kann. Nein. Ich bitte den denn nicht. Jetzt sieht es böse aus. Da ist jetzt ein Flug. Meine Poo war zu weit weg. So, kannst du mit deinen T-62 auf die Marder 2 schießen? Ja, ich habe den Blick nach vorne. Aber das Problem ist, wegen dem Wald da, kann ich ihn nicht sehen. Tschüss, Kai. Ey, komm. Was ist jetzt scheiße? Was ist los, Mann? Time to say goodbye, my friend. Es ist aber jetzt ein bisschen Zeit, meine Soldaten nachschub heranzubringen. Er ist ausgezäumt. Bomber kommt jetzt hier bei euch, links im Wald. Ich weiß nicht, meine Poo ist in die Handelsbereit. Die haben den Hawk. Hier. Hörp, zieh. Ja, die Position angreifen, jetzt habe ich. Ich habe einen seiner F1 Bomber endlich mal abgeschossen, obwohl ich das nicht mein Hauptziel war. Vorsicht, lass den Panzer, der jetzt mit mir stehen. Nein, jetzt kommt die Block. Sag doch das früher, Mann. Sträler. Können die Flieger ein bisschen früher an? Dann kann ich auch die E2 einschalten. Na, bei einer Block brauche ich ja nicht ansagen. Ach ja, sorry. Ganz links oben steht hoffenweise Flugopfhörn-Morta. Ja, hey, das. Links fliegt ein Flughelikopter lang. Ja, der will ja scouten, der will... Ah, der will die Meinen abschießen. Ich stelle eine Suppe hin. Adatz fährt in diesen Wald rein. Und hier ist ein Mörser markiert, der sich nicht bewegt. Hier kommt vermutlich ein CV ran. Siehst du, da haben wir den da schon wieder heraus. Flammpanzer sind unterwegs. Da hinten. Ah, ich habe seine Scheiß-Blocke getroffen, zumindest. Schau, nochmal, die MiG war... Ah, die war so... Links fliegt ein Helikopter lang. Ja, ich... Ah, hinter uns. Ah, der Penner. Soviel zu, zwei Anfänger auf einer Seite, ne? Ja. Und dann sind sie gleich mit Schwerbes-Punkt drauf. So, der hat eine Heos stehen, die nimm mich als erstes raus. Ja, ich flieg da auch jetzt mit Flugzeugen drauf. Nein, raus. Die Heos, das ist ne... Radar-Ding ohne Radar. Ja, ich... Schläge, dass da ein Jäger drauf fliegen. Raketen. Kommand-Pan-Tank. Äh, ist jetzt doch kein Jäger bei mir drin? Ich kann es dir verkehren, einer hat er rausgeschickt. Kannst du da jetzt bitte reinpushen, in den Center? Ja. Ja. Na komm. Komm schon. Schieß das Ding ab, Jamwoll. Oh, der hat die geblockt. Jam, 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 jam. Jetzt kommt der Abi, ja. Jawoll. Das war teuer für Panzerhähnchen. Wer ist auch von ihm zerstört? Das hat eine Chapel vor. Werden die da stehen, im Doppelverbund? Boom. So, ich kann ja... Ich pushe gleich in die Stadtverein. Das ist gleich... Oh nein. Aufklären. Na, komm, hier rein, Jamwalt. So, mein Ersatz-CV. Ja. Na, die haben, glaube ich, auch HE-Schaden, ne? Ne, ja, haben sie. Haben sie, Ticke. Links fährt nen... Links fährt nen Transporter lang. Ja, sehr schön, der auf die Chaparral schießt. Perfekt, ne? Oh, eine ist schon weg. Pfff. Hier. Ach, mein Helikopter ist schon wieder weggeschossen worden. Äh. Irgendwann diese Aufklärungshelikopter, die werden auch sofort getötet, oder? Ja, immer. Man muss nur ein bisschen, ein bisschen Mike holen. Geh mich schau, Nick. Ja, f*** dich. Geh mich schau, Nick. Ich hab gesagt, nicht weiter. Ich mach doch nur Spaß, ganz ruhig. Beide Chaparral zerstört. Nein. Hier steht noch ein Abrahams offen. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Da schießt Attila rieber mit mir rein. Oh. Hm. Jetzt hab ich wieder keine Sicht, ey. Da steht die E-Darts. guck mal ob ich da jetzt im wald ein stück nach vorne komme ja ich hab dir 22 panzer zerstört im wald ich bin aber jetzt weg, da kommt die Eierhatert, die ist sauer da sind einer eingetroffenen um meine leider auch eine block ist so hier steht ADAT so rückst du dann auch mit deinen Transporter ein bisschen vor wenn du kannst achilles hochwert ziel hier zwei luftabwehrsysteme ich habe gerade was anderes gesehen weil ich kann jetzt gerade nicht ich habe so viele ziele hier vor mir ich meine Artillerie schießt sich schon drauf ein ja perfekt danke lol irgendwie sind hier gegnerische Infanterie das ist das hessische mann wie der mit seinen Neipa auf den Sack geht ich komme in die Häuser hier nicht rein das ist schlecht soll ich sie wegbomben? wo zum Teufel ist dieses hessliche cv? bei Boris rede ich von was haben wir denn hier? das war die ADAT das ist die HEOS ich hoffe das hilft jetzt was meine Bomber das ist das Nachlade Ding sehr schön also die Panzergrenade ihre einfach schon leer verdammt das hätte ich mit der Peace rein hingekriegt aber das ist egal damit habe ich du gehst mir da voll auf den Senkel ich habe dann noch den hier ich habe ein Hamid von ihm geklaut das ist das geht das ist das geht den hier kriegen kann Da ist dieses hässliche CV, Alter. Ist das ein ultra-lacker. Hubschrauber warst du in der Mitte? Ja. Wurde vernichtet. Sehr geil. Das war aber hammerknapp. Oh ja. Oh, jetzt kommt noch ein Alphime home. Na. Oh-oh. Echt viel hier. Hier oben ist neutralisiert. Da zieht ein Kommando zurück, hab ich das Gefühl. Hast du auch ein neues Kommand auf dem Weg? Jetzt denkt er, das Kommand ist kaputt. Oh, bei euch, ey. Ja, bei Achilles läufts dazwischen. Ne, Kommando Abrams hier. Oh. Ich schick dir was hoch. Scheiße. Dauert ein bisschen, das ist ein Hubschrauber. Ja, wer stunnt und ich hab Tier 72 dort. Ey, pass auf den Kommando-Panzer auch. Okay. Hier, diese komplette Seite ist leider gefallen. Verdammt. Verdammt. Aber ich hab noch Command drin. Jetzt hol dir aber eins rein. Hier ist ein Wunder, der Kommando. Nein! Ach, Patriot? Oh, er hat ja längst bei uns bei dem Raketen-Erfahrt, oh, 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 der Infanterist Er hat hinter uns Infanterie Oh, direkt an der Basis Da, mein Buratin ist gestorben Ja, Moment So Achilles, wo ist der Command Tank? Schon tot? Na, gut, gut, dass du mir das sagst, wenn ich sage, ich schicke dir was hoch Ich hab dir doch schon zweimal gehört, dass er kaputt ist Okay, dann hab ich nicht gehört Ja Wenn du so leise nuschelst hier Mensch, 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 Junge Ah, du hast es auch Okay Einmal noch, komm schon Jetzt Boopil zerstört Ah, Diegel No, wo bombt der hin? Scheiße Ja, gut, da waren halt Motos Trekkie dabei, aber dem Panzer ist ja mehr oder weniger egal Also das will jetzt echt knapp, wenn wir das noch aufholen wollen Ich will das märchen holen sollen Ich will das märchen holen sollen Nein, mein Hubschrauber Lüfterbär los Wo ist mein Lüfterbär? So, ich hab mal die Speyer bei uns hinten getötet Ja Tschüss, zwei Achso Alter, bist du dieses Verarschen, du dumme Stück Scheiße da Boah, kommt das Ja, ich seh's Also jetzt müssen wir unbedingt was da hochschicken Ich muss meine Mi-28 Ich glaub, die BMT da in der Mitte Die da, äh, äh, Quatsch, bei, äh, Mia Beseite Bande einfach mit Infanteristen in Panzer rein Infanterien, der, 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 der ist, der ist, der ist noch nichts voll Ja Patsch wird down Oh, das wird doch klar Na, fuck Na, wer gewinnt? Bild oder A1? Heilige Scheiße Command-Panzer steht hier Boah Raus, 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 raus Command-Panzer zerstört Aber wir gehen die Truppen da hinten jetzt aus langsam Na, jetzt kommt ein Ninja in der Mitte Shit Was, ich hol gleich einen Command hier hinten hin Da Command unterwegs Tunguska stehen lassen Achilles Ninja kommt auf den Weg Hier, ganz wichtig Die scheiße Ninja musste abschießen Oh scheiße, mein Mi-28 Ja Ja, aber die ist da, die Ninja Ja gut, ich hab, wir haben zwei Mi-28 bei dir So, und du steigst Und Du landest da hinten Jetzt gehen wir mal auf Panzerjagd hier Gut, das war die Luftabwehr Bomber kommt hier hin Ja, aber die Diegel ist weg Und ein Blob, und ein Blob kommt Ach, ein Block, ja Klar, der hat's gewischt, aber wenigstens der Bomber ist jetzt down Ist schon mal ne Hilfe Da kommt links wieder ein Transporter, wo es den Basis gefahren Er macht aus meinem T-Zern 70b mal Er macht aus meinem T-Zern 70b mal Ninja kommt wieder Okay Pass auf mit dem Commander bei mir, der Seite Tunguska rettet mich Ne Tunguska rettet mich nicht Ah, die Sicht ist scheiße Sieht nur zu, wie ich sterbe Wir sind hier zu dritt hier oben Tunguska? Ja, wir stoßen hier unten auch schon vor Tunguska nicht rausfahren, das ist ein Panzer, ne? Ich will sie hier nach oben fahren lassen Weil ja grad ein paar dicke Panzereien, mit der ich das immer ein bisschen halten kann Ich muss da auch noch Oh komm, triff ihn, triff ihn! Ach, Menno Alter Ah, meine Radewärtskel gehen drauf Ich hätt' glaub' ich erst über Slavio denken müssen Ich hätt' glaub' ich erst über Slavio denken müssen Ich muss hab' ich grad' abgeschossen Ja, der hat mein P-Mach da rausgenommen Aufpassen, ich führ' die, genau Da ist ja Schalt' das Ding ab Schalt' das Ding ab Hier ist was gepanzertes Hier ist was gepanzertes Genau an der Stelle Genau an der Stelle Äh Ups Oh Ja, so weit vorne Ja, komm, triff ihn Warum führst du den nicht? Ganz ruhig Meine Fresse, was soll man das für Versagen? Ganz ruhig Kann einer mal, äh, hier irgendwas reinballern? Also ich glaub' das ist Kommando Ja, mach' ich Für den Sieg Okay, da kommt jetzt eine Menge Holz runter bei mir Ja, wenn jemand Mi-28 hat oder so Panzerbrech- äh, Panzer- Abwehrhubschrauber, alle nach oben So, Panzer-Empflicht, da war's hingestellt Nee, da war nix Und mein Bomber ist weg So, jetzt Du wirst mich erzählen, dass der Mann jetzt im äh, T-55 rausnimmt, so Danke Oh, leg mich immer So Sein Kommand-Panzer müsste jetzt auf jeden Fall gestunnt sein, ich hab ihn mit einer Atelier getroffen Und wir bewegen ihn nicht Oh, kommt ein Ninja Und der Petra zerstört Da kommen jede Menge Helis Neue Es ist das Entschuldigt Das ist ein Arkanen der Petra Ich spreche die Aicovide Alter, kommt da viele Elis. Neu. Oh. Ich schieße auf die Falschen. Ihr Versager. Dieser Versager. Ich schieße auf die Falschen. Jungs, ihr müsst oben unterstützen. Egal, was du es geht. Die sterben alle. Die sterben jetzt alle. Na, Dero, du hast die Falschen angegriffen. Hier ist der hässliche Command Tank. Oh nein. Oh scheiße, das Eilüfter wird unverloren. Da kommen jetzt jede Menge Infanterwisten. Hier, Command Tank. Wenn der weg ist, bleibt das rot. Nein, keine Raketen mehr. Ist doch ein Witz, ey. Ist doch der pure Witz, ey. Ich schieße mit der Malka drauf, vielleicht reicht's. Ich habe keine Raketen mehr. Nein, nicht drauf schießen. Smudge fliegt schon, gleich. Denn sonst bewegt er sich. Und Smudge kommt ja alles auf einmal. Komm, mach mal den da Platz. Komm schon, den EDS da. Weg mit dir. Wenn mir jemand mit Luftabwehr oben aushelfen kann, wäre ich echt dankbar. Na, die Minute brauchst du ja nichts mehr los. Leider. No, das sieht ja mal ganz klar aus unentschieden. Verdammt. Wir haben getroffen? Ach nee, du hast ihn getroffen. Ja. Einer von uns hat ihn getroffen, so flüssig. Puh, das war auch ein knappes Ding, Alter. Ich bin mir schon ganz schlecht. Da kommt ein Dinger rein. Ein Bomber. Ja, er denkt, er wäre der Command. Jetzt mache ich hier das so. Und jetzt denkt er, das ist er. Oh, das wird knapp. Das gewinnen wir, glaube ich, sogar noch. Ja, wir haben mehr Punkte als hier, weil er vielleicht. Ich könnte mir sogar noch gewinnen. Ja, man kann nur, könnte es wohl sterben. Alter. Nein, doch nicht. Ich denke, die denken, dass unser CV hier ist, da irgendwo bei den Flammen. Ja. Ja. Oh, das war als Wasser kommt, Mann. Gut, denen hat jetzt noch einer gefehlt. Boah, die, die, aber. Hey, positiv ist das. Dann lassen wir es mal hoch gehen. User left your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Ja, war richtig knapp zum Ende hin. Boah, das war richtig, das war richtig, das war richtig schön knapp. Aber mal ne Frage, wer war jetzt eigentlich am Anfang unten, oder das war nicht das Panzerhändchen? Also, unten links bei den Einsand. Ich und, äh, der Typ, der geliebt hat. Hab ich, aber, Nero, du hast den falschen, ich glaube, die haben das Internet abgestellt. Nero, du hast gerade den falschen Vertrieg-Trupp angegriffen. Um einer hättest du das Kommando getroffen. Aber dann haben meine Tunguske aus so die Helis runtergeholt. Ja, das war... Boah, ich hab mich schon richtig über dich geärgert manchmal, muss ich zugeben. Das war, äh, ey, was du für ein Glück hattest mit deinem hässlichen, komischen Panzer da, ey. Ohne Witz. Mit wem redest du? Met Nero, natürlich. Mit dem Panzerhörnchen. Ich hab ein paar Mal hässlich erwischt, aber... Ich hatte keine Einheit mehr dort drin. Also, da kommen wir uns von dem anderen dort drin. Ähm, da, jemand hatte dann Napalm noch ganz am Ende, wirklich, letzten 10, 20 Sekunden. Ich, ich, ich. Ähm, hattest du gedacht, da wäre das CV? Ahnung, T-80 UK oder so. Ähm, denkst du immer noch, den gibt's da? Völlig wurscht. Ich hab einfach irgendwas irgendwo in der Vorstellung. Ja, weil, weil, äh, weil, ihr habt, ihr habt dort Bomben drauf geworfen. Ich hab den schon lange nicht mehr, ihr habt den ja zerstört. Hatte aber gleichzeitig einen Infanteristen, sonst so. Und dann hast du ein Napalm drauf geworfen, dann bin ich extra mit dem CV kurz mal raus aus dem Haus. Wieder rein. Nachdem der rausgedroppt ist, hab ich einfach nur noch irgendwie Einheiten irgendwo hingeschmissen, um irgendwie zu bringen, dass... Boah. ...die Platz schafft oder so. Ähm, wem gehörte der Buratino? Den ich aufs Versehen, äh, getroffen hab. Ja, das, da wollt ich links unterstützen und dann schickte ich, sag so, Jungs, ich schick euch ein Buratino. Äh, ich war ja links, rechts, Mitte, ne? Und dann geht's dann natürlich blöden, wenn man nicht aufpasst. Ja, da hatte ich, äh, leider Kommandotroppen hinter den Linien. Ja, aber leider, ja. Ja, aber so, aber so viel zu, ja, Panzerhörnchen und Adamis, die machen ganz links, ne? Dass sie das Spiel, ja, richtig, ihr seid richtig welche Helden. Ich hab'n eigentlich gesagt, dass sie dort hingehen sollen, aber sind die genau nicht dort hingegangen, wo sie... Naja, das war irgendwie ein bisschen spiegelverkehrt. Ja, ich hätte früher bei Charlie angreifen sollen und ein Panzerhörnchen rauszudrängen, aber ich hab' woanders noch unterstützt. Ja, aber war'n, war'n geiles Spiel, Jungs. Also, ich mein, der, wie ist der, der LP New, ich glaub, der muss ganz schön eingepisst sein. Ich hab' glaub' ich drei seiner Abrams erwischt und zwei Leopard von Dingens, von Tegan. Ja, der ist rausgegangen und dann hat... Der ist ausgeteilt, glaub ich. Ich glaub, die Helden haben das Internet abgekappt. Ja. Okay. Passiert, ich hab' trotzdem mehr gekillt, als du. Wahrscheinlich. Als wer. Warte, als jeder. Nee, nee, nee. Ja, aber ey, es war's gleich. Und irgendwann auf jeden Fall noch diese Truppen teilweise... Was? Ich hab' 1000 Punkte mehr als der Beste aus eurem Team. Ja, aber guck, aber guck mal... 4.500 stands bei mir. Aber guck mal, wie viele Devs du hast, Junge. Ja, ich wurd' auch von zwei Leuten gepusht. Ich auch. Ich nicht. Außer man, der hat sogar zu Rushdown kam. Ich wurd' auch von zwei gepusht. Ja, und ihr wart immer noch zu viert, also... Naja, das stimmt wohl. Immer noch eine Runde, wir brauchen nur noch einen vierten Mann. Nee, für mich war's das. Ach, schade. Aber ne geile Runde. Ja.